Vielleicht gönnen wir drinnen direkt den ersten Top-Gank. Wir sollten dem sogar den Kill geben, weil wenn der Mundo zerberstet, dann ist das eigentlich Free-Win. Ja, der lässt ihn ja großartig pushen. Botlane ist sehr stark am pushen, die müsste eigentlich gleich da sein. Mit der Digestunt wäre sie tot. Ich wusste es. Ich wusste es. Ach, ich bin die blöde, Digga. Wo ist Lilia, die gute Stute? Den nehme ich so mit, Digga. Den nehme ich auch so was so mit. Stark. Stärker. Nicht so stark. Push mal schön. Bye-bye, Mundo. Soll Chindermeer mal schön, schön, schön farmen. Besser ist das. Der ist ja am durchpushen wie so ein Maniac. Den hat er jetzt aber auch noch. Guck dich mal Chindermeer an. Der ist komplett am eskalieren. Wie viel Schaden der macht. Das war die richtige Entscheidung da, direkt Toplane zu gehen. Die anderen Grubs sind gleich da. Boah, wenn wir die 6 haben, der pusht durch wie kein anderer. Der macht bei den Olympischen Spielen Ich bin zu buschen. Another one. Bye, bitch. Ich hasse diese F***. Ich hasse sie so sehr, ne. Er hat T2 schon. Crazy Motherfucker, Digga. Crazy Motherfucker. Guck mal. Der mag gar nichts mehr. Jetzt mit den Grubs noch dazu, der mag gar nichts mehr. Der kriegt den sogar noch. Zwölfte Minute. Digga, die Base ist open. Minute 13. Ich hab den Trinder mehr Pick Toplane noch belächelt gegen Mundo. Nicht schlecht. Inhit. Minute 15. Nehmen wir mit. Oh, oh, oh. Nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir so mit. Ich brauche den Herald, um weiter zu pushen. Actually is coming. Hello Motherfucker. Nee. Ich glaub, Trinder mehr und ich, wir können jetzt finishen. Drei sind Botlane. Dings ist tot. Die bewegen sich auch alle nicht. Oh, könnte gerne Rampage haben. Ich glaub, finishen. Der arme Finish Leifer. Victory. Das schnellste Game ever. Das schnellste Game ever.